Warum solltest du deine Rückenschmerzen loswerden? Hallo, mein Name ist Eva, herzlich willkommen auf meinem Kanal Eva Love for Health. Die Wirbelsäule ist eine der wichtigsten Strukturen im Körper. Ich möchte sagen, dass wahrscheinlich jeder Arzt oder jeder Therapeut über sein Spezialgebiet sagen wird, natürlich sind die Nerven sehr, sehr wichtig, natürlich sind die Zähne sehr wichtig, natürlich das Herz, also im Bereich der Kardiologie, alles ist wichtig. Aber warum sage ich, dass die Wirbelsäule so wichtig ist? Ganz einfach, weil alles zur Wirbelsäule zusammenfließt. Die Wirbelsäule ist der zentrale Kanal, wo vom Gehirn, vom Kopf, das zentrale Nervensystem über die Wirbelsäule nach unten fließt und dieses Nervensystem sich hier verzweigt und dann alles versorgt. Also die Arme, die Organe, alles wird über die Wirbelsäule, also fast alles wird über die Wirbelsäule mit den Nerven versorgt. Das heißt, vom Gehirn wird jeder Reiz über die Wirbelsäule zu deinem Körper verteilt. Aber auch das Gegenteil ist hier der Fall. Also jeder Reiz von deinem Körper, von deinen Füßen, von deinen Organen wird über die Afferenzen, über die Nervenleitungen wieder zurück zu deinem Gehirn zurückgegeben. Das bedeutet, alles was du fühlst, alles was im Körper vor sich geht, wird quasi über die Wirbelsäule nach oben geleitet zu deinem Gehirn, in dein Bewusstsein sozusagen. Das bedeutet, wenn du Schmerzen hast, dann geht das über die Nerven, über die Wirbelsäule zurück. Die Wirbelsäule ist für mich, ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren hier in freier Praxis und ich muss sagen, ich habe eine ganz große Liebe zur Wirbelsäule entwickelt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich sie immer als erstes, wenn ich in die Ordination komme, hier auf diesem Bild sehe. Und ich habe mir schon oft überlegt, den Leuten zu empfehlen, sich zu Hause auch ein Bild aufzuhängen von der Wirbelsäule. Denn alles, was ich irgendwie so ständig vor Augen habe, wahrscheinlich entwickle ich dann zwangsläufig eine Liebe oder Zuneigung zu dem, was ich jeden Tag sehe. Aber ich muss sagen, dieses Bild ist jetzt nur eine Norm. So schaut das Ganze natürlich nicht aus. Also speziell da, wo diese Löcher sind und diese gelben Striche rauskommen, diese Löcher sind nicht zu groß. Und ich erlebe oft in der Ordination, dass Rückenschmerzen oder so Verreißen Leute sehr lange tolerieren. Und ich denke mir immer, warum sind Leute so leidensfähig und halten das so lange aus, über 20 Jahre oft, und dann kommt es einfach zu einem Bandscheibenvorfall. Ein Bandscheibenvorfall, das muss nicht sein. Also generell die meisten Probleme in der Wirbelsäule passieren, weil einfach zu viel Druck in der Wirbelsäule entsteht. Also das bedeutet, die Menschen nutzen ihre Muskulatur zu wenig und wir gehen alle gedrückt oder wir hängen, würde ich sagen, in den Gelenken drinnen. Wir benutzen die Wirbelsäule zu viel und dadurch kommt es einfach zu Veränderungen in der Wirbelsäule. Das bedeutet, die Wirbelsäule kann nicht das machen, wofür sie genutzt werden sollte. Das heißt, die Wirbelsäule ist eigentlich nur für Beweglichkeit gemacht und dafür, dass es eben den zentralen Kanal, den Nervensystemstrang beschützt. Dafür ist die Wirbelsäule designt, kann man so sagen. Generell ist alles, was man hier sieht, was der Körper ist, designt, um das Nervensystem zu schützen. Also deshalb ist auch dieser Kanal, wo in der Wirbelsäule das Nervensystem runterrinnt, einfach dafür gemacht, das Nervensystem zu schützen. Und die zweite Aufgabe der Wirbelsäule ist für Beweglichkeit. Die Wirbelsäule ist nicht dafür gemacht, dass einfach sehr viel Gewicht drauf ist. Und das passiert bei den meisten. Was höre ich sehr oft? Verspannungen. Das ist ein ganz großes Thema. Dazu komme ich dann noch gesondert. Es ist auch geplant, ein Workshop über, nicht Verspannung, sondern das Gegenteil, Entspannung zu produzieren, weil das einfach so eine gehäufte Sache bei Menschen ist und meiner Meinung nach völlig unnötig. Man muss einfach nur lernen, wie benutze ich meine Muskulatur und letztlich meinen Rücken, meinen gesamten Körper so, wofür er vorgesehen ist. Und das ist jetzt keine Bestrafung, sondern es ist einfach dazu da, dass das Leben Freude ist, dass das Leben kein Schmerz ist, weil ich denke, mit Schmerzen, was ist zu machen, wenn ich Schmerzen habe? Gesundheit ist die Basis für alles. Und wenn es Schmerzen gibt, bin ich nicht leistungsfähig, ich fühle mich nicht gut, ich kann auch nichts geben in die Welt und wenn ich nichts geben kann, dann ist mein Leben wahrscheinlich sehr begrenzt, sage ich jetzt einmal mit Schmerzen. Deshalb ist die Basis immer Gesundheit. Und da komme ich zum wichtigsten Part, warum die Wirbelsäule so wichtig ist. Das Wirbelsystem oder dieser Wirbelkanal ist für mich in der Vorstellung wie ein Wasserschlauch. Je freier dieser Wasserschlauch ist und je gerade, umso mehr das Lumen offen ist, umso mehr kann hier Wasser durchrauschen. Und je mehr Knick ich habe, je mehr Kompression in der Wirbelsäule, je mehr Druck ich da habe, umso mehr ist natürlich dieser Fluss von Energie, aber auch da, wo die Nerven durchgehen und hier gleiten können, abgedrückt und das ist behindert. Das bedeutet, meine Energie ist gedämpft, aber auch die Schmerzen entstehen ja auch, weil dieser Nerv zu wenig Sauerstoffversorgung hat oder irgendwo eingezwickt ist, wie auch immer. Das bedeutet, je freier dieser Wasserschlauch ist, umso mehr kann diese Energie hier durchfließen, durch diesen Wirbelkanal. Wir kennen oder vielen ist es vielleicht ein Begriff, das Chakrensystem, die Chakren, die entlang der Wirbelsäule aufgebaut sind. Und je freier dieses System ist, je freier dieser Schlauch ist, umso besser kann die Energie fließen. Und dann sind wir schon, wenn die Energie voll fließt, dann sind wir weit weg von Schmerzen. Was wir genau machen können für Übungen, dass die Schmerzen weggehen, dafür wäre es einmal ein erster Schritt zur Osteopathie zu gehen, um Blockaden von der Wirbelsäule wegzumachen, beziehungsweise das muskuläre System auch aufzumachen. Und als nächsten Schritt, um dieses System freizuhalten, ist es natürlich, super Bewegung zu machen, speziell Yoga. Also gerade im Yoga ist es, Yoga ist dafür ausgerichtet, die Wirbelsäule, diesen Energiekanal mit dem Chakrensystem freizuhalten. Wirbelsäule beweglich zu halten, sagt auch ein chinesisches Sprichwort, wenn die Wirbelsäule biegsam haltet, die Wirbelsäule biegsam wie Bambus und dann wirst du ein Leben lang gesund sein. Mehr zur Wirbelsäule kommt im nächsten Video, gerne bei Fragen unten kommentieren. Wir freuen uns über ein Like oder über ein Abonnement und gerne auch das Video teilen, wenn es jemanden gibt, der sich dafür interessiert. Vielen Dank fürs Zusehen.